Was ist die Natur- und Wildnisschule in der Wischung? Ja hallo, da ist der Martin von der Natur- und Wildnisschule in der Wischung. Und ich bin mit der Claudia heute unterwegs, da in einem kleinen Auwald, neben einem Gebirgsfluss, der sich durch eine wunderschöne Tallandschaft schlängelt. Und ich möchte heute eine ganz besondere Pflanze zeigen, an der wir schon die ganze Zeit herumnaschen. Und das ist die Knoblauchsrauke. Knoblauchsrauke, so wie der Name schon irgendwie andeutet, schmeckt nach Knoblauch. Aber die hat noch ein paar andere Sachen für uns auf Lager, diese tolle Pflanze. Und jetzt im Frühjahr ist es eine unserer Lieblingspflanzen und deshalb möchte ich sie dir einfach einmal zeigen. Und da in dem Wald, da ist alles voll mit dem wunderschönen Auwald. Und da sind sie schon die ersten. Da wächst schon die Knoblauchrauke blühend. Aber alles da rundherum, da ist ganz viel voll mit ihr. Ja, und möchte ich dir einmal zeigen, woran du sie erkennen kannst, wie du sie unterscheiden kannst. Ja, und was man so von ihr essen kann, wie man sie verwenden kann, worauf du aufpassen sollst. Ja, machen wir das. Ja, zuallererst wenden wir uns der Blüte der Knoblauchsrauke zu. Die Knoblauchsrauke ist ein Kreuzblütler. Und für die ist ganz typisch, dass sie diese vier Blütenblätter hier hat, die sich so wunderbar gegenüberstehen. Und in dem Fall bei der Knoblauchsrauke sind das vier weiße Blütenblätter. Diese Blüten selber sind nicht allzu groß. Sie sind so in der Gegend sechs bis acht Millimeter groß und wachsen in so kleinen Trauben. In der Regel oben bei der Pflanze. Okay, da sind sie gut zu sehen. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, um sie genau zu bestimmen. Das wäre, wenn man hineinschaut in die Blüte. Da sind eben auch die Staubgefäße, die Staubbeutel drauf. Und bei der Knoblauchsrauke ist es so, dass sie sechs Stück hat. Wobei vier von denen sind relativ lang und zwei sind ganz kurz. Also da muss man sehr nahe hingehen. Beziehungsweise vielleicht eine Lupe mithaben. Dann kann man das erkennen. Aber das ist ein Merkmal, eine Erkennungsmöglichkeit. Anhand der Blüten. Blühen tut die Knoblauchsrauke so ungefähr im März, April bis in den Juni hinein. Und ist eine ganz typische Frühjahrspflanze. Die uns aber ihre Blätter und dann auch ihre Samen bis in den Herbst hinein einfach schenkt. Die Knoblauchsrauke ist eine zweijährige Pflanze. Das heißt, dass im ersten Jahr da unten am Stengel, da ist im ersten Jahr noch gar kein Stengel. Sondern das sind nur diese bodennahen Blätter in einer Rosette wachsen die heraus. Und die Blätter haben sehr sehr lange Stiele. Und die Blätterform dieser Grundblätter ist so ziemlich rundlich. Ich würde mal sagen so nierenförmig. Das ist ganz typisch für die Grundblätter, die vom Boden da heraus wachsen. Im ersten Jahr sieht man von dem Stengel da noch gar nichts. Der kommt erst im zweiten Jahr und schießt dann da in die Höhe. Und da verändern sich dann auch die Blätter ein bisschen. Sie haben immer noch Stiele, die Blätter. Aber nicht mehr so lange. Vor allem je weiter man hinauf geht, die Blüte nach oben, werden die Stiele immer kürzer. Und auch die Form verändert sich. Die Form geht fast so in Richtung herzförmig. Und am Anfang, schauen wir noch einmal da runter. Am Anfang ist es so, dass die Blätter so gebuchtet sind am Rand. Und die, die dann neu raus kommen, die sind fast gezackt und richtig tief eingekerbt. Noch ein Erkennungsmerkmal. Dafür muss man schon richtig gut am Boden runter und sehr nah hingehen. Das befindet sich am Boden. Sowohl von den Grundblättern als auch von dem Stiel, wo dann oben die Blüte sitzt. Wenn man da ganz nah hingeht, dann sieht man, dass im Boden näher einerseits die Farbe des Stiels ein bisschen eher in dieses rötliche hineingeht. Aber vor allem sie ist behaart. Aber nur mit den unteren paar Zentimetern. Weiter oben wird es immer, immer, immer weniger. Und ein letztes Detail noch, wenn man dann diesen Stengel hinauf geht, der eben im zweiten Jahr erst hoch schießt. Und man sieht sich an, wie die Blätter hier wachsen. Dann sieht man, dass die Blätter wechselständig wachsen. Das heißt, da ist immer einmal an einer Stelle ein Blatt. Dann geht es ein paar Zentimeter weiter rauf. Und dann kommt wieder eines. Wieder ein paar Zentimeter rauf. Und dann kommt wieder eines. Das ist wechselständig. Immer abwechselnd. Okay? Auch ganz typisch. Ja, die Knoblauchsrauke liebt genau solche Habitate. Das heißt, solche Umgebungen. Sie mag es gern ein bisschen feuchter. Sie hat es gern halbschattig. Sie ist ein Stickstoffanzeiger. Sie hat gern nährstoffreiche Böden. Auch durchaus locker. Okay? Lockere Böden. Aber sie fühlt sich auch in lehmigen Böden sehr wohl. Und die gibt es nicht nur in so Auwäldern. Sondern das ist fast wie ein Kulturfolger. Denn die mag das auch sehr, sehr gern an Wegrändern zu wachsen. Bei uns an Waldrändern, an Heckenrändern und so weiter. Es ist sehr weit verbreitet in Europa. Und vielleicht ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass dir wirklich auffällt, wie viel von der in deiner Umgebung sind. Das, was als erster auffällt an der Knoblauchsrauke, das ist definitiv der Geschmack nach Knoblauch. Und dieser Geschmack nach Knoblauch, Lauch, steckt auch in ihrem Namen. Aliaria petiolata. Und dieses lauchige, bärlauchartige, das ist auf jeden Fall ein Merkmal von ihr. Sie erinnert sehr an den Bärlauch auch. Aber ist bei weitem nicht so intensiv. Ist nicht so scharf. Und für Leute, denen der Bärlauch sogar vielleicht zu scharf ist, ist die Knoblauchsrauke ganz sicher eine tolle Alternative. Warum die Knoblauchsrauke so extrem nach Lauch schmeckt, liegt vor allem an ihren Inhaltsstoffen. Da sind Senfstoffe drinnen, die das ausmachen. Die das vielleicht sogar ein bisschen scharf schmecken lassen. Vor allem sind diese Stoffe dann in den Samen drinnen. Die Samen sind sehr, sehr scharf. Sehr würzig. Und auch in der Wurzel ist das sehr stark vorhanden. Aber noch ein ganz wichtiger Unterschied vom Geschmack her, auf den ich euch hinweisen mag. Dieser Bärlauchgeschmack bleibt nicht so lange halten wie beim Bärlauch. Der Knoblauchgeschmack von der Knoblauchsrauke bleibt nicht so lange halten wie der vom Bärlauch. Das heißt, der verschwindet sehr schnell. Schmeckt super, wenn man sie frisch isst. Es hat deutliches Knoblaucharoma da. Deshalb würde ich empfehlen, gebt ihr es in Salate oder auf einen Aufstrich drauf. Das ist super. Wenn man die beginnt zu verkochen, also diese Glykoside, diese ätherischen Öle, die da drin sind, sind sehr flüchtig, sind schnell weg. Und es verliert sich sozusagen das Aroma ziemlich geschwind. Genau. Und was auch eine ganz tolle Sache ist, neben den Blättern, die man essen kann, ist auch die Wurzel. Und diese Wurzel schmeckt wie mehrrittig. Und die Wurzel möchte ich euch auch noch einmal ein bisschen näher zeigen. Das ist jetzt die Wurzel von der Knoblauchsrauke. Und das ist eine Pfahlwurzel, die doch einige Zentimeter weit in den Boden hineinreicht und schon eine ansehnliche Dicke hat. Am besten ist die Wurzel zum Ernten, bevor sozusagen im zweiten Jahr der Stiel da austreibt, beziehungsweise im Herbst. Das heißt entweder im Frühjahr oder im Herbst. Und wenn man da hinein beißt, das schmeckt ganz, ganz intensiv nach Meerrettich, ist wirklich gut scharf, sehr würzig, lässt sich auch mitkochen mit anderem Gemüse und ist einmal auf jeden Fall ein ganz anderer Geschmack im vielleicht Einheitlitzbrei. Vom Geschmack her würde ich auch am ehesten empfehlen, also entweder die ganz frischen Blätter, die da heroben wachsen, also eher die jüngeren, die sind sehr gut, oder die, die da unten wachsen, an der Blattrosette, die Grundblätter. Je größer dann die Blätter werden und die können so richtig so groß werden, so ziemliche Blätschen, die werden mit der Zeit immer bitterer und schmecken dann nicht mehr so gut und frisch und toll nach Knoblauch. Da nimmt dann die Bitterstoffe überhand. Tatsache ist auch, dass überliefert ist, dass sie bis ins Mittelalter eine wichtige Pflanze war für die Leute, vor allem das arme Leute Essen oder das arme Leute Gewürz. Vor allem, weil eben diese, einerseits der Knoblauchgeschmack, okay, das ist einmal das Erste, dass es sehr viel Vitamin C und Vitamin A enthält. Und dann, wenn die Pflanze sozusagen aufgehört hat zu blühen und ihre Samen bildet, diese Samen schmecken sehr, sehr stark nach Senf, sind auch sehr scharf, fast pfeffrig und die haben die Leute sozusagen früher eben als billiges Gewürz hernehmen können. Früher waren die Gewürze sehr teuer und es konnten sich nur wenige Leute Gewürze leisten. Und das war Gewürz, das sozusagen überall gewachsen ist. Und über das werde ich euch auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, wenn die Knoblauchschauke dann aufgehört hat zu blühen, sie ist bestäubt worden und sie beginnt Samen zu bilden, dann beginnt sie eben so über den Sommer ziemlich lange Schoten zu bilden. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber so drei bis acht Zentimeter lange Schoten zu bilden. Und die sind am Anfang grün und da sieht man schon, dass ein paar Punkter drinnen sind. Und über den Sommer, wenn sie dann ausreifen, da werden diese Schoten dann bräunlich bis braun-schwarz und irgendwann bricht diese Schotenhülle auf und da sind in zwei Kammern drinnen, sind dann jeweils auch wieder so sechs bis acht kleine Pünktchen, Samen, die sind so zwei, drei Millimeter groß. Und die kann man verwenden, wenn sie reif sind, kann man sie verwenden, ähnlich wie Pfeffer. Man kann sie auch in eine Pfefferreibe reingeben oder in eine Mörser zermörsern und als Würze nehmen. Das ist wie ein senfiger Pfeffer. Okay, so. Und was man auch machen kann, ist mit diesen zerstoßenen Samen, mit diesem zerstoßenen Samenpulver, wer das mal ein bisschen an Essig nur dazugibt und dann Brei draus macht, voilà, Knoblauchsrauken Senf ist fertig. Was auch möglich ist, die Samen zu essen, bevor sie reif sind, also wenn sie noch grün sind, da kann man sie in Öl einlegen und einfach so zu Fleischspeisen oder so und so weiter dazu essen. Ist auch sehr lecker. Aber neben ihren Eigenschaften einfach als Nahrungsmittel hat die Knoblauchsrauke auch ganz tolle Heileigenschaften, die aber eben mittlerweile über die Zeit sozusagen ein bisschen verloren gegangen sind, das Wissen drüber. Aber was überliefert ist, dass sie sehr, sehr gern genommen worden ist für Verletzungen, weil sie desinfizierend ist. Okay, sie ist wundheilend, sie ist pilzwachstumshemmend und keimhemmend. Das heißt, man hat sie eben auch für Verletzungen und Wunden hergenommen, auch gerne für eitrige Wunden, wie eitrige Füße oder Wunden eben, die, wie gesagt, schlecht heilen. Dafür hat man sie hergenommen. Die Pflanze enthält neben Vitamin A und Vitamin C eben auch Saponine. Saponine sind so schleimige, seifenartige Stoffe, die uns dabei unterstützen, dass wenn wir Husten haben, dass wir gescheit abhusten können. Das heißt, die sind auch bei allen Atemwegserkrankungen hilfreich. Und eine weitere tolle Möglichkeit ist zum Beispiel, wenn man wehes oder wundes Zahnfleisch hat, wenn die Zähne locker werden, dann kann man diese Pflanze hernehmen und kann einen ganz starken Tee draus machen und mit dem die Zähne gurgeln. Das hilft sehr, sehr gut sozusagen, dieses Wundentzündete zu beruhigen und auch das Zahnfleisch zu festigen. Ja, früher wurde sie auch hergenommen als Wurmmittel. Das war ein gängiges Krankheitsbild. Die Leute waren verwurmt, haben mit dem Magen zu tun gehabt. Das ist etwas, was man auch eben durch Essen, durch starke Tees und so weiter, sozusagen kann man diese Würmer im Magen einfach loswerden. Das ist eine Anwendungsmöglichkeit von der Knoblausrauge. Was auch überliefert ist, dass sie gerne genommen worden ist bei der Krankheit Gicht oder bei diesen Erscheinungen Gicht. Sowohl innerlich als auch äußerlich als Tee bzw. als Umschlag. Aber wenn wir schon bei Umschlag sind, was vielleicht für uns auch interessant wird, die Pflanze kann man auch super verwenden, wenn man von Insektenstichen gequält wird. Und zwar nicht, dass man die Mücken abhält, sondern wenn man schon gestochen worden ist und es juckt und entzündet sich, dann kann man da auch einen Breiumschlag machen und das sozusagen hilft sehr sehr schnell, diesen Juck- und Entzündungsreiz sozusagen zu hemmen. Ja, die Knoblausrauge dürfte auch einen sehr sehr leckeren Nektar haben. Sie ist sehr beliebt bei kleinen Käfern, bei Fliegen, bei Bienen, aber auch bei Schmetterlingen. Es gibt eine Schmetterlingsart, die stetsig besonders auf die Knoblausrauge, das ist der Aurora Falter, denn seine Raupen fressen die mit Vorliebe. Ja, tolle leckere Pflanze und zum Abschluss möchte ich auch noch was zu ihr sagen, was mir noch sehr sehr gut gefällt an ihr. Und zwar finde ich sehr spannend ihren Ausbreitungsmechanismus, also wie sie sich fortpflanzt. Und zwar die ist auch nicht sozusagen bei einer Sache geblieben, sondern sie hat viele viele Möglichkeiten auf Lager, wie sie sich verbreitet. Und einerseits natürlich über die Samen, aber diese Samen gibt es eine Möglichkeit, dass sie, wenn jemand vorbeigeht, ob das Tiere sind oder Menschen, dass sie einfach nur abfallen und sozusagen dann gleich im Umkreis von der Pflanze wieder neue Knoblausraugenpflanzen irgendwie produzieren kann. Aber, und das finde ich sehr spannend, wenn es regnet oder sehr feucht ist, dann werden diese reifen Samen so richtig schleimig und die haften dann an den Fällen der Tiere und so kann sich die Knoblausrauge mit Hilfe der Tiere über weite Distanzen einfach auch verbreiten. Und sollte das alles irgendwie nicht gescheit hinhauen mit den Samen und hin und her, okay, dann was sie auch noch macht ist, sie bildet Ausläufer und Sprosse. Das heißt auch das, die vegetative Vermehrung ist eine ihrer Optionen, die sie hat. Ich habe gelesen, dass es angeblich so ist, dass die Wurzeln einen Stoff enthalten, der unbeliebte Mitbewerber im Umkreis abhalten soll. Das heißt, die dampft was aus bei den Wurzeln, was andere Pflanzen nicht so wollen. Deshalb ist sie sehr oft in Gruppen bei sich beieinander oder steht eher alleine. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es klingt auf jeden Fall super. Ja, so zusammengefasst, also die Knoblausrauge ist eine tolle Pflanze zum Essen. Empfehlen würde ich es, wie gesagt, einfach frisch zu essen und nicht zu kochen. Am besten in Salaten oder auf ein Butterbrot drauf oder auf Frischkäse. Ganz wunderbar, reich an Vitamin C, reich an Vitamin A, an Mineralstoffen. Ist auch eine tolle Heilpflanze, weil sie eben entzündungshemmend ist und ist oft reichlich zu finden. Und wenn man mal das Auge hat, dann ist sie oft wirklich gut zu sehen und auch in Mengen zu ernten. Ja, und ich möchte auch noch einmal den Hinweis geben, also bevor du draußen irgendwelche Sachen einfach isst und in den Mund steckst oder vielleicht sogar noch anderen davon diesen Genuss weiter trägst, bitte informiere dich genau, kauf da gescheite Bücher, studiere das oder frag Leute, die sie gut auskennen, bevor du das magst. Denn es gibt da draußen doch einiges an Giftpflanzen, die, wo es Schluss ist mit lustig, wo man sehr, sehr schnell große Probleme kriegt. Deshalb, gut aufpassen, aber lasst euch nicht abhalten davon, weil die Sachen sind unglaublich lecker und Pflanzen begleiten uns einfach schon über unsere ganze Menschheitsgeschichte. Ja, und somit mag ich Danke sagen, einfach wieder für das Interesse an der Serie und danke einfach für die vielen tollen Pflanzenbücher, für das Internet, wo man so viele Infos findet. Danke an die Leute, die das wissen, einfach immer wieder weitertragen, weil ich habe es auch von irgendwo gehört. und aufgeschnappt und gebe es jetzt in der Form weiter. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Kosten, beim, ja, in deine Küche und deinen Alltag hineinbringen, beim Ausprobieren. Es gibt so viele Möglichkeiten und die Knoblauchsraucke ist knallvoll mit Möglichkeiten. Also dann, viel Freude draußen. Ciao. 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 Ciao.